Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Eine ganz liebe Zuschauerin hat geschrieben, dass sie sich in diesem Jahr gar nicht so sehr auf die Festtage freuen kann, weil sie so viele Dinge hat, die sie beunruhigen. Vor allen Dingen, also sie hat geschrieben, dass ihr Neffe kommen würde aus Berlin und dass er dann eine weite Fahrt hat und sie macht sich Sorgen über die weite Fahrt. Sie macht sich Sorgen, ob alles so funktioniert, wie sie es vorgesehen hat. Vielleicht macht sie sich sogar Sorgen, ob es nicht irgendwelche Diskussionen gibt. Ja, natürlich, so sind wir Menschen. So ist jeder Einzelne von uns. Wir bereiten vor, wir freuen uns vielleicht auch schon sehr lange auf dieses Weihnachtsfest, das Fest der Liebe. Das Fest der Geburt Jesu Christi. Und gleichzeitig haben wir sehr hohe Erwartungshaltungen. Ja, es wird uns ja auch von allen Seiten, auch mithilfe der Medien, auch mithilfe der Werbung. Es wird uns erzählt, dass das so die schönste Zeit des Jahres ist, dass wir schöne Geschenke kaufen müssen, dass der Tisch, der festliche Tisch, der festlich gedeckte Tisch, dass das alles ganz wunderbar aussehen muss, dass es alles ganz toll sein muss und die Erwartungshaltung steigt. Ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit, dass Mutter und Vater zum Schluss so unglaublich aufgeregt waren, ja, weil bei uns war die Tradition, das ist auch so eine alte deutsche Tradition, glaube ich, dass der Weihnachtsbaum erst am Heiligabend morgens aufgebaut wird. Und es war auch wirklich Tradition, dass die Männer dann, ja, die Väter selbst in den Wald gehen. Ja, sie haben dann pro forma unter Anleitung des Försters, mithilfe des Försters auch, haben sie einen Weihnachtsbaum selber ausgesucht im Wald und den auch noch selber umgehängt. Natürlich hat der Förster die meiste Arbeit gemacht, aber das war so symbolisch. Der Vater hat aus dem Wald selber den Weihnachtsbaum geholt, hat ihn dann nach Hause geschleppt, natürlich oben auf dem Dach des Autos, ja, da sah man, das war in den 60er, 70er Jahre, sah man sehr viele Autos mit oben einem Weihnachtsbaum drauf, ja, so oben auf dem Gepäckträger. Heute gibt es ja diese Gepäckträger praktisch gar nicht mehr, diese altmodischen, ne, wo man was auf dem Dach festschnüren konnte. Das war Tradition und das hat dann dazu geführt, dass Mutter am Heiligabend beschäftigt war mit Kochen, Essen vorbereiten, womöglich sogar noch die letzten Geschenke einpacken, Telefonate entgegennehmen, ja, vom einzigen Telefon, welches in der Wohnung stand, nämlich im Flur, immer wieder hinlaufen, wenn das Telefon klingelte, von Verwandten, die schon mal frohe Weihnachten wünschen wollten und dann wieder weiter kochen und Vater, der mit dem Weihnachtsbaum kommt und dann der Weihnachtsbaumständer, der irgendwie nicht richtig funktioniert und dann der Baum, der schief ist und all diese vielen Dinge, die dazu geführt haben, dass Weihnachten eigentlich gar nicht das Fest der Liebe war, sondern das Fest der Hektik, das Fest der Unruhe, das Fest des Streits und natürlich Kinder, ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder waren dann unter Umständen sehr, ja, sehr unruhig auch, ne, weil sie gemerkt haben, da ist was los und es ist so ganz wichtig, alle sind unglaublich beschäftigt und geben sich unglaubliche Mühe, das muss wahnsinnig wichtig sein, aber die Kinder wussten ja auch nicht genau, was los ist und das hat dazu geführt, dass in den Familien unglaublich viel Stress und Unruhe entstanden ist. Ähnlich so wie bei der Zuschauerin, die mir geschrieben hat, heute, die geschrieben hat, ich kann es wirklich gar nicht so genießen, weil ich mir so viele Sorgen mache. Deswegen hier in diesem Video nochmal für euch, nochmal zum Nachhören, nochmal zum Nachlesen oder, ja, vor allen Dingen nachhören. Die Angst, die Sorge, das ist das, was uns lähmt und vor allen Dingen dann auch hinzukommend dieser Perfektionismus. Nichts muss perfekt sein, nichts muss sein wie in der Werbung, nichts muss sein, wie es uns von den Medien vorgegeben wird. Wenn ich Lust habe, den Tisch gar nicht zu decken, auch an Weihnachten nicht, dann mache ich es nicht. Warum sollte natürlich ein schön gedeckter Tisch, ist auch ein Geschenk, ja, das ist auch etwas geben, auch Liebe geben. Aber wenn ich der Meinung bin, dass mir das alles viel zu viel ist, dann mache ich es nicht. Und gleichzeitig es zu schaffen, diese Sorgen loszulassen, diese Angst, die ich habe, ja, das ist unsere allergrößte Herausforderung. Die meisten Menschen gehen durchs Leben vollgepackt mit Angst, vollgepackt mit Sorge, die womöglich auch noch immer größer wird, je älter ich werde, ja, das ist auch, das ist Fakt. Je älter ich werde, desto mehr Angst kann ich entwickeln, desto mehr Sorgen kann ich mir machen, weil ich natürlich auch mehr Lebenserfahrung habe und mir vorstellen kann, was alles schief gehen kann. Unsere große Herausforderung ist es tatsächlich, aus dieser Situation, aus diesem Gefühl, aus diesem Spirit, aus diesen Gedanken rauszukommen und es zu schaffen, die Gedanken zu kontrollieren. Nicht die Angst sollte uns kontrollieren, sondern wir sollten die Angst kontrollieren. Wir sollten diese negativen Gedanken kontrollieren. Das ist unsere Herausforderung. Wie schaffe ich das? Indem ich wirklich den Schalter umlege und wirklich mich damit beschäftige. Woher kommt diese Angst? Es ist eine unlogische Angst, mir Sorgen darüber zu machen, dass eine Fahrt nicht gut funktionieren könnte, ja. Natürlich, es passiert sehr, sehr viel. Unser Leben wird niemals einfacher. Es bleibt voller Herausforderungen. Von Sekunde zu Sekunde, von Minute zu Minute. Und ihr kennt es selber, ihr wisst es. Ihr habt etwas gemacht, es ist alles wunderschön. Es kommt eine Nachricht auf eurem Handy und schwupp, der ganze Tag ist genau das Gegenteil von dem, was er vor fünf Minuten noch war. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass ich mich nicht von solchen Nachrichten, von solchen Ängsten und Sorgen beeinflussen lasse. Ich weiß, in dem Moment klingt es schlimm, aber es kann auch wieder schnell vorbei sein. Und eine große Herausforderung, sogar eine große Herausforderung, sogar ein großer Verlust, kann ganz schnell vorbei sein. Also, wenn ich es schaffe, mich damit aktiv auseinanderzusetzen. Und wo wir hier immer darüber reden. Wir wissen, dass wir unsterblich sind. Tief in unserem Inneren wissen wir es, weil wir auch immer diese Sehnsucht danach haben. Die Sehnsucht nach dem, wo wir eigentlich herkommen. Und deswegen, für euch alle, jetzt auch an diesem Heiligabend, macht euch nicht so viele Sorgen. Macht euch nicht so viele Gedanken. Versucht zu genießen, wie schön ist es, wenn alle da sind. Wie schön ist es, wenn ihr gemeinsam diese Zeit verbringen könnt. Und ja, gerade in der Familie gibt es die heftigsten Diskussionen, weil wir uns natürlich auch am nächsten sind, weil wir am meisten miteinander zu klären haben. Versucht, die großen Diskussionen zu vermeiden. Versucht, auch die politischen Diskussionen zu vermeiden. Denn die sorgen wirklich meistens für ganz, ganz, ganz große und heftige Auseinandersetzungen. Und was haben wir davon? Eigentlich gar nichts. Versucht, die schönen Dinge zu sehen. Versucht, wirklich Komplimente euch zu machen. Wie siehst du gut aus? Was hast du gemacht? Ja, es gibt Menschen, die sieht man vielleicht ein halbes Jahr nicht. Und dann sieht man sie wieder und dann denkt man, wow, letztes Mal sahen die nicht so gut aus wie jetzt. Was haben sie gemacht? Sie haben vielleicht etwas in ihrem Leben verändert. Lasst uns über diese Dinge reden. Lasst uns über die schönen Dinge reden. Lasst uns das Essen genießen. Lasst uns die schönen Momente genießen. Lasst uns das wunderbare Dessert, wo vielleicht so viel Arbeit drin steckt. Lasst uns das genießen. Macht euch nicht zu viele Gedanken. Macht euch nicht zu viele Sorgen. Ich weiß, dass sogar Menschen, die sehr, sehr, sehr wenig haben, dass die es schaffen können, den Schalter umzuhebeln und wirklich zu sagen, ich bin jetzt im Hier und Jetzt bin ich da. Und ich sitze jetzt an diesem wunderbaren Tisch und der Neffe ist gekommen und es ist alles so wunderbar. Warum mache ich mir überhaupt Gedanken? Warum lasse ich mich führen durch diese Angst? Die Angst ist natürlich ein unglaublich großer, gefährlicher Faktor der negativen Seite, die mich versucht abzulenken, wo auch immer es geht. Wenn ich in der Angst bin, kann ich niemals in der Liebe sein. Und es hat auch wirklich funktioniert. In den letzten Jahren, ganz viele Menschen haben immer mehr Ängste entwickelt. Wenn ich immer wieder mit dieser Angst zugeballert werde, ja, dann bedeutet das womöglich irgendwann, dass ich gar nicht mehr da rauskomme. Also, lacht die Angst weg und sagt euch, in meinen Gedanken hat die Angst überhaupt keinen Platz. In meinen Gedanken ist nur Platz für Liebe und für schöne Momente. Jetzt für schöne Momente mit meiner Familie. Das ist das Allerwichtigste. Und nur so können wir auch wirklich die Geburt von Jesu Christi feiern. Und nur so können wir auch das Fest der Liebe feiern. Denn das ist, worum es geht. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen, wunderschönen Heiligabend. Danke, dass ihr bis zum Schluss habt.